Hi Leute, ich bin Salbert von WindowsArea.de und heute zeige ich euch die neue Snapchat-App für Windows 10 und Windows 10 Mobile. Es ist genau genommen die einzige funktionsfähige App für Snapchat, die es im Windows Store gibt und ich habe mir sie daher kürzlich gekauft. 1,49 Euro kostet der Spaß und ob ihr diese ausgeben solltet, erfahrt ihr gleich. Vorher werfen wir noch einen Blick auf die Funktion. Startet man die App, bekommt man ein relativ simples Interface geboten, wo man zuallererst die verwendete Schnittstelle auswählen kann. Casper ist dabei eine proprietäre Schnittstelle einer Android-App und diese soll möglichst verhindern, dass euer Account direkt von Snapchat gebannt wird. Das Unternehmen will nämlich um jeden Preis verhindern, dass Windows-Nutzer diesen Dienst verwenden. Danach kann man sich anmelden und hat man die App schon einmal unter Windows 10 verwendet, dann bleibt auch das Passwort gespeichert. Seid ihr erstmal angemeldet, könnt ihr in der App mit dem Sandburger Menü navigieren und wie ihr seht kann Spectre nicht besonders viel. Ihr könnt eure Nachrichten anzeigen und senden, eure Freunde hinzufügen sowie die Liste derer anzeigen. Das Senden von Bildern ist im Grunde recht einfach. Ihr sucht euch einen entsprechenden Kontakt aus, klickt drauf und bekommt dann unten ein 3-Punkte-Menü zu sehen, wo ihr die Kamera oder ein Bild aus dem Dateisystem auswählen könnt. Wenn ihr euer Foto geschossen habt, habt ihr die Option ein neues aufzunehmen oder es zu bestätigen. Nun könnt ihr nochmals weitere Kontakte hinzufügen, die Dauer auswählen und das Bild verschicken. In der Regel funktioniert dies auch ganz gut. Unter Account ganz unten im Hamburger Menü könnt ihr einen weiteren Account hinzufügen, was zumindest eine Erweiterung im Vergleich zu den Android- oder iOS-Apps darstellt. Solltet ihr die App also kaufen? Eigentlich nicht, denn einerseits ist es eine kostenpflichtige App für einen sonst kostenlosen Dienst und andererseits ist es keine offizielle App. Dadurch könnte beispielsweise der Entwickler Daten abgreifen, was durch das Speichern des Kennworts möglicherweise bereits passiert. Wer gute Erinnerungen hat an das Snappening, der wird hier womöglich ganz vorsichtig sein. Wer die App aber unbedingt haben möchte oder Snapchat auch nur auf dem PC nutzen will, kann das jedenfalls tun, solange die App nicht wieder aus dem Store entfernt wird. So, das war es auch schon von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.